Manch einer fragt mich, woher dieses französische Flair? Da sag ich, oui bon, ça va. Mein Opa-Papa, der kommt im Rheinland an, als Französ quasi, Anno Pivier. Und er hätte Mädchen hier wungen. Die zwei haben nächtelang, nächtelang haben die zwei gesungen und so lala. Und dann hätte er sich wieder verdrückt. Und das Mädchen, das Mädchen, das wird dick. Und wie das Leben nur so spielt, das Mädchen, das wird alt. Und hätte als Oma der Französ lang verjessen. Da hätte sie ihrem kleinen Enkel schon ganz leis, ganz leis gesagt. Se, 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 se lafi. Se, se, se lafi. Was, was dat dann? Da, dat is französische Lebensrat, du Jek. Da hast du ja keine Ahnung von. Was, was, keine Ahnung? Ehm, ein Moment. Trottoir. Pessoa. Au revoir, oh Mama. Oh, 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 oh. Arrangement, bravoureux und brillant. Die Manier inspiriert, die Voyage. Ja, denke ich doch. Ja, und wenn nicht, dann leg an den Marsch.